So, servus. Wir machen direkt weiter. Ich bin sogar dafür, dass wir die Story-Mission erstmal weitermachen. Ich will nämlich nicht, dass Neptun zu weit hinten bleibt. Hoffentlich haben wir sie schnellstmöglich wieder in der Gruppe. Deswegen direkt rein da. Lady Noire, I believe Lady Neptune has their own agenda right now. Is it alright to leave her be? I said it's fine, so it's fine. It's more important to convince the General, so that's what we'll do. You speak the truth, but still, I feel as though you need to calm down. I know, I know. Let's go find Ryuka first. But what if she doesn't want to listen to you, Lady Noire? What will we do? As they suggested, we'll force them to listen. But Lady Noire, that's kind of... Do you really want to finish that sentence, Resta? Um, Noire? No, never mind. Do you seriously trust Noire? You should all remember, how she invaded our cities by force. Hello? Seit wann bist du da? By the way, der Hintergrund sieht nicht aus wie eine Stadt von Planet Tune. Das sieht ja aus wie eine Stadt von Last Station. Well, sure. But... She isn't like that anymore. Yeah. She even listened to what we had to say about heroic things. All for her to capture your territory. Do you really think she isn't going to try and dominate the whole world? Well, I guess I can't, but... No... Can't deny it. Ouch. Ryuka, what's going on over here? Nothing at all. Just striking up some idle conversation about you. Oh, about me, huh? Yes. Isn't that right, ladies? Yes. Well, yeah. Would you mind telling me what exactly you were saying? Oh, possibilities. Like how you may use them as disposable pawns and similar topics. Ew. I'd never do that! They're my friends! Calm down. Heavens, yes. Your shrieking may shatter nearby windows. See how tense you got? You can be such a child, Noir. Throwing a fit when things don't go your way. Ryuka, you better shut up while you can or I'll... Oh, fine! I'll make you shut up! Is that what you want? Oh my, how frightening! I suppose I could never deny our fair CPU challenge, hmm? I bet this is how you forced these girls into becoming your friends too, isn't it? Like you know that! Noir, we came here to talk, not fight. I won't let Ryuka get away with making fun of everyone like that! Come on! Come on! Let's go! Fine. There's no alternative, I take it. I would rather avoid taking this course of action. Allow me to brief you on your next mission. Your objective this time is to defeat General Ryuka. The CPUs and generals should be working together for game market's sake and yet. Anyway, Ryuka is in no mind to hear us out. You must show her your resolve as a CPU. Some truths are best relayed through a heated battle after all. One point of caution worth mentioning is the plethora of traps set all over the ground. Stepping on one of these will lead to an uphill struggle, so be careful. I wish you luck. I wish you luck. Also es sind Trapdoors, die mich in eine andere Zone befördern. Defeat Ryuka. Die CPU ist natürlich mit. Wer nehme ich noch mit? Wer bräuchte es denn theoretisch von den EP her? IF Compound Sting. Wäre vielleicht sogar gar keine so schlechte Idee. Machen wir Compound wieder zum Lead. Und dann gucken wir uns hier mal um. So, was haben wir denn hier? Oh, wir müssen uns aufteilen. Das ist nicht so geil. Heavens, das ist nicht geil. Okay, Noah muss hier anfangen. Dann packen wir Blau hier rüber und holen dafür Komper rüber. Ja, holen wir Komper rüber. So. Wir haben da Wind und Feuer. Wir brauchen hier also Blitz und Wasser. Also Eis haben wir. Dann gebe ich Komper nur eben Blitz, wenn wir haben. Haben wir nicht. Dann muss ich es von jemandem wegnehmen. Von dir zum Beispiel. Ne, Quatsch. Blitz. Wer hat Blitz? Da, Blitz. Ich kriege Komper Blitz. So. Ein paar Monster sind hier. Wo ist Ryuka? Ach da. 28. Sie hat eine Bierflasche. Hat sie eine Alkoholflasche als Waffe? Okay, das ist ein Miniboss, wie es aussieht. Und der Rest ist eigentlich machbar. 40 HP. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Sind das Kanonen, die feuern? Was ist das? Was für Level haben diese komischen Golems hier? Wo sind die? Da. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, was es hier erwarten wird. Ich weiß gerade nicht, was diese Sachen da wirklich auslösen. Einfach nicht herausfinden, schätze ich mal. Lass uns das machen, schätze ich auch gedacht. Let's do this. Das ist's. das ist's. Strengthen, your mind. Train, your body. Macho up. Böken, sharp. Nice pose. Wir brauchen hier Feuer. Wir brauchen hier Feuer. Hier brauchen wir Lightning. Ich sag mal dazu nichts. Ich weiß, dass Blow schon Vitality hatte von Sting's Buff, aber... Dachte ich mir. Habe ich den Satz eigentlich beendet? Ich meine natürlich, aber... Damit kriegen wir Lily-Rank. Ich halte es hier für klug, wenn Noir vorgeht. Wir können nicht wirklich durch die Mitte laufen. Gut, dann laufen wir einfach wirklich am Rand. Lass uns gehen! Ich kann es tun! Hier komme ich! Hätte ich vorher machen sollen, ich habe mich da angedacht. Ich denke gerade, diese Fallen hier lenken mich viel zu sehr ab. Over here? Ah, ich treffe nichts so gut. Move it on! Not yet! Der ist eigentlich so behindert, dass die das machen können, ohne in die Fallen zu laufen. Oh no. Na denn, schauen wir mal. Du kannst eigentlich schon mal weiterlaufen, Noah. Ne, es ist wichtig, dass du nach vorne gehst, schon mal. So, was haben wir denn hier? Okay, machen wir folgendes. Okay, an den kommen wir nicht ran, aber an den. Hit, hit, hit! Nice. Yay, my level went up! Kampalofheart! Yes! Ach, warte, den können wir auch damit killen, oder? Wie viel wird das machen? Okay, machen wir das so. Okay, ich habe das. Demonic Inferno! Ah, es killt nicht. Das hat nicht die Range dafür. Das würde killen. Aber der ist zu weit weg. Ja komm, der... Hauen wir den weg. Hauen wir den Weg. Holy Sword, show me the path. Ich schaffee die Name of Sting. Holy Sword, show me your miraculous power now! Okay, wir machen das! Sinnvoll Illusion, ok. Ok, machen wir das nochmal für Mindy Ring. Wo will er hin? Aha, ist ja interessant. Oh nein, bitte kein Knockback. Ne, ne, ich glaube das... Ne, das schlägt nicht zurück. Ok. Ne, das schlägt nicht. Oh nein, ich habe den Knockback vergessen. Jetzt kommt Noah nicht mehr dran. Oh nein. Oh nein. Ich hätte ihn zuerst mit Noah angreifen sollen. Ich habe vergessen, dass der Knockback kommt. Oh no. Oh, der Damage ist eigentlich a waste. Aber der soll sterben. Oh nein. Wo steht er? Da drüben. Okay. Schauen wir doch mal. Frozen Demon. Nice. Mist. Mist. Weg mit dir. Das habe ich mir nämlich gedacht. Noah kommt hier nicht um die Kurve rum. Wir haben ja kein Turn Limit, oder? Ich glaube nicht, nein. Okay, dann lassen wir die Leute jetzt erst mal aufstocken. Over here? Where is the patient? Sammeln wir uns erst mal. Gehen dann weiter in Formation. Oh Gott, nein. Wo will er hin? Warum? Es gefällt mir nicht, dass er F jetzt so weit vorne steht. Von daher. I accept your feelings. Perfect defense. Nee. So, komm, du drückst hier jetzt auf. Ja komm, heil nochmal vor. Ich hasse Maps, wo ich mich nur so langsam bewegen kann. Nur so Schritt für Schritt. Mal schauen, was der Golem jetzt macht. Ob er sich überhaupt bewegt. Ja komm, müssen wir uns nicht ansehen. Nein. Kann es sein, dass die Golems durchstehen irgendwie? Okay. Okay. Sehr gut. Bitte. Okay. Und dann, bitte. Ja. Ich habe. Ich hab's vergessen. Ich lerne das nicht. Ich lerne das in diesem Leben nicht mehr. Ich lerne das in diesem Leben nicht mehr. Über hier? Über hier? Virus! Oh Gott! Oh! Warum Schrittgeräusche, wenn du... Stone attack? Ouch! Na... Uhhh... Oh! 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 Das killt nicht. Ich hätte es natürlich auch nachlesen können vorhin mit dem Knockback, aber ist jetzt egal. Wäre nicht schlecht. Ja! Das wollte ich nämlich gerade mal fragen. Hatten wir eigentlich überhaupt einmal die Situation, dass Sillet Spear Skillziel verteilt hat? Hatten wir die Situation schon mal, weil ich könnte mich da gerade jetzt echt nicht mehr dran erinnern. Alright. Let's go! Oh. 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 Interesting. Aber das ist gerade wichtiger. Ich treffe wieder nur ihn, ha? Na ja. Okay. I got this. Frozen Demon! Sag mal... Ify, bist du Shiva? Can I hit both? I can. Weg mit euch! I accept your feelings! Say your prayers! Hard break! One hit kill! Nice. Bei denen sind wir vorbei. Wir warten hier. Ich bin gerade... Oh Gott, ich bin blöd. Ich hab die beiden... Ich hab die drei direkt nebeneinander gestellt. Was macht er jetzt? Okay. Power Attack. Keine Stone Attack. Alright. Alright. That's fine. Alright. That's fine. Oh, er blockiert den Weg. Okay. What a lovely gesture! I will impail you! Reicht Laceribbons? Theoretisch, ja. Machen wir einen etwas stärkeren. Das ist ein bisschen vermerkend. Tornado-Sorn! Nur um sicher zu gehen. Ich kann immer stärker werden. Ja, nice. Alle auf derselben Ebene? Ja. Okay. Das ist ein bisschen weg. Warum hat das eine Viech eigentlich diese Batterien, oder was das da sind, geheilt? Alright. Vorrücken. Ja, aber wir haben es hierhin vor. No stalling! Oh, move! Over here? I'll go with the flow. Ah! Warum die geringere Reichweite? Was? Okay. Noch einmal sammeln und dann vor. Ja, ja, ja. Whatever. Nice. Virus wurde geheilt. Okay. Ihr beiden Hübschen. Bzw. Moment, wie mache ich das jetzt? Das ist THE TELETEXT. Ich bin der Wind! Hier ist ich. Wo ist der Patient? Okay. Wir sind bereit für pushen. Onward. Das Problem ist, links sind mehr Gegner als rechts. Ich sollte vielleicht Sting oder AIF nochmal zur linken Truppe rüberschicken. Ich glaube sogar, Blaw und Sting sind genug, um sich mit Ryuka anzulegen. Alright, legen wir los. Ja, hier brauchen wir Range, definitiv.